Eine inklusive Welt für alle. Der Inclusives e.V. präsentiert Ihnen die Mutmacher. Mein Name ist Walter Metz, ich bin 60 Jahre alt. Ich kenne Pascal seit 40 Jahren. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass die Freundschaft seit dem ersten Tag ist. Ich bin unwahrscheinlich stolz. Nicht stolz auf mich oder stolz auf ihn, sondern stolz auf uns beide, dass das so lange funktioniert. Wir sagen uns auch manchmal die Meinung und gucken uns böse an. Und wenn wir uns dann das zweite Mal wieder anschauen, fangen wir an zu grinsen. Und das, glaube ich, bezeichnet und drückt auch diese besondere Freundschaft, diese besondere Beziehung aus. Welche Rolle spielt Walter in Ihrem Leben? Sehr viel, hat er eben gesagt. Wie würden Sie denn Herrn Metz beschreiben? Wie erleben Sie ihn als Freund? Walter, nehme ich an, kommt das Gleiche, ist ein guter Freund von mir. Dem kann ich alles sagen. Sogar mehr als meiner Schwester. Seit mehr als zehn Jahren wohnt Pascal hier in Mannheim in der Nikolauspflege. Er hat schlichtweg das Problem, dass er sich manchmal wie ein Kind behandelt vorkommt. Aber er ist 56, das heißt meine Generation. Das heißt, er will logischerweise genauso rausgehen und zu Zeiten, wann er das will. Das Buch heißt Atmosphäre der Akzeptanz und soll genau das zum Ausdruck bringen. Liebe Leute, akzeptiert mich so, wie ich bin. Er wollte der Öffentlichkeit sagen, dass Menschen mit Behinderung auch was wert sind. Jeder müsste zum Ergebnis kommen, wir brauchen so ein Buch gar nicht, was das Thema Inklusion betrifft. Und in der Praxis kommt man zum Ergebnis, so ein Buch ist mehr notwendig denn je. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, Freunde, schaut mal, was ich trotz meiner Beeinträchtigung, Beeinträchtigung hingekriegt habe. Oder umgekehrt, ihr, die ihr keine Beeinträchtigung habt, ihr habt es noch nicht gepackt. Er hat viel Lob bekommen für sein Buch und für die Tatsache, dass er so viel Mut bewiesen hat und so viel Ausdauer. Ich erlebe ihn als Mensch, der trotz seiner Behinderung unwahrscheinlich offen auf alle zugeht. Weil er will als Mensch wahrgenommen werden, wie Sie und ich. Er ist ein Mensch, wie Sie und ich. Manchmal ist, und ich greife seine Worte auf, das Leben scheiße. Ob jetzt Freitagabend, Samstag oder Sonntagspiel, heißt Waldhof. Er vergisst in den 90 Minuten vieles, was um ihn herum passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach mal abzuschalten und nicht ständig mit sich selbst konfrontiert zu sein. Bentley Baxter-Bahn hat mit ihr ein Bild gemacht. Marcel Seegard hat mit ihr ein Bild gemacht. Und das sind so Emotionen, die wird er nicht mehr vergessen. Es gibt mehrere Punkte, die für die Inklusion wichtig wären. Das eine ist, den Zugang zu den Plätzen hier besser möglich zu machen. Du willst doch den Leuten mit deinem Besuch beim Waldhof Mut machen. Auch ich kann dorthin gehen. Guckt mal, was ich trotz meiner Behinderung machen kann. Drei Worte. Jeder kann etwas. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ich glaube einfach, das muss in die Köpfe vieler rein, um einfach damit aufzuhören, zu sagen, es gibt Behinderte und Normale. Jeder hat etwas, was er nicht so gut kann. Bei Pascal genauso. Oder umgekehrt, jeder von uns ist normal. Das ist mein Freund Pascal Schotten und er ist ein Mutmacher. Mehr als nur ein Verein. Der Inclusives e.V. präsentierte Ihnen die Mutmacher.